Moin Leute und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich habe jetzt meinen neuen PC angeschlossen und alles vorbereitet. Und ja, wie ihr auch schon an den FPS sehen könnt, ich habe deutlich mehr FPS und ich kann jetzt auch flüssig aufnehmen. Also die Aufnahme läuft ganz normal. Jetzt könnt ihr auch mehr Skill sehen und noch kurz zur Info. Wo ist denn das? Okay, jetzt ist bei Spieler. So, und auf jeden Fall hole ich mir noch ein Schneideprogramm und alles. Also das Video wird noch Nubi sein und oh mein Gott. Und ja, also jetzt könnt ihr von mir nicht den krassesten Skill EU West erwarten, weil ich bin so grad bisschen am Struggle. Welche Maps spielen werden eigentlich? Redstone, oh Gott. Ich wollte eigentlich Wold spielen, weil Wold so meine Favorite mit Map gerade ist. Ich glaube, ich baue mich aber auch zu den blauen, weil der sieht dann, ach Gott, und der gelbe ne? Keine Ahnung, ob ihr es gerade gesehen habt, aber der hat grad den da gemacht und ist dann runtergefallen. Und Chrissy, der Clown, der Beste kommt natürlich zu mir. Oh nein, doch nicht gut. Oh mein Gott. So, Bett ist eingeschwitzt, wie immer. Kuss ein Noob TV, Alter. Ich schwöre, so nenne ich mich jetzt auch auf YouTube. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, Wash Ente, ähm, ja genau, Wash Ente, Alter. Äh, Enten Skills ist wieder back on point. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das war auf jeden Fall ziemlich nice und knapp. Ich würd sagen, ich susse mich dann mal. So. Und ja. Ich hab eigentlich kein richtiges Thema anzusprechen. Halt nur, ich hab jetzt meinen neuen PC. Ich kann jetzt endlich schlägfrei spielen. Und das heißt auch, dass ich mehr Skill haben werde, also und die Videos hochqualitativ kommen werden. Jetzt zum Beispiel noch nicht. Das wird, ja also es ist doch schon bessere Quali als sonst. So früher. Blocksafe, a la bei Quadrix, siehst du. Nur noch der Vogel lebt. Und dieser Blocksafe, den dafür kann man doch schon mal ein Like da lassen, würde ich mal sagen. Das war schon purer Skill. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich's machen soll. Weil runterknocken kann ich ihn nicht. Ich glaub, ich mach jetzt einfach den. Jetzt mach ich den. Und dann müssen wir die Runde eigentlich auch schon gewonnen haben. Hab ich ihn? Nein, Alter. Nein, Alter. Oh mein Gott. Lacklein du es. Fuck, Alter. Jetzt macht er sich halt voller Kuh, leider. Und das könnte noch ein bisschen problematisch werden. Und falls ihr euch fragt, warum habe ich ein Copy Skin? Ich habe mit meinem Freund so noch ein bisschen gespielt. und da ist halt vorgekommen, dass ich ein Copy Skin gehabt habe. Ja, jetzt baute sich halt einer. Ich würde sagen, ich versuche ihn einfach ein bisschen down zu bekommen. Ja, das wird nicht klappen. Ich muss mir Full Acu machen. Wird jetzt aber auch zu mir kommen, ist ja klar. Ich bin jetzt aber auch oh mein Gott, ich dachte gerade, der rennt durch. Jetzt wird er sich auch zu meinem Bett stecken. Hätte ich auch nicht anders von ihm erwartet. Ich baue mir hier so eine kleine Safe Base. Wenn er dann stomped, schlage ich ihn runter. Oh mein Gott, hat er Luckland. Oh mein Gott. Und der bekommt mich noch. Habe ich gewonnen? Ja, ich habe gewonnen. Slash Feedback. So. Perfekt. Ich würde sagen, wir machen einfach mal noch eine Runde. Einfach, weil die Runde ziemlich kurz war, wenn ich reinkomme, würde, dann. so spielen wir aber auch und ja. Es ist auch, by the way, der Server narrow space. Darauf spiele ich jetzt, weil ich keine Alts mehr habe und auf Qro gebannt bin. und schon ein bisschen belastend. aber man muss wohl damit leben. Und ja, auf jeden Fall, jetzt spiele ich halt auf narrowxface.net-server einfach aus zwei Gründen. erstens, es ist einfach ein guter Server und zweitens, da hast du die größten Chancen bei Quadrix zu sehen und ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan von denen, aber ich feiere ihn schon so, weil ich finde ihn schon korrekt und auch der hat Skill und nicht so wie Poichi, also an alle Poichi-Fans. Ist jetzt kein Hate an ihn, kein Hate an Poichi, kein Hate an Poichi-Fans, sondern ich finde halt, Poichi hat natürlich, er hat Skill, aber wenn er nicht mal abusen könnte, könnte er auch nichts mehr machen. Also dann hätte, oh mein Gott, halt, da hätte er den non-Skill wie ich gerade. Und es wäre dann schon so ein bisschen belastend. Deswegen. Deswegen finde ich das, oh mein Gott, oh mein Gott, Alter. Und man muss schon sagen, ich habe echt viel verlernt, wo ich diese zwei, drei Wochen nicht mehr Active MC gezockt habe. Und ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich Clown-Wurm in der Danger Zone bringen soll oder irgendwelche Spiele, anderen Spiele, wie ihr es haben wollt. Vielleicht wird, wird es euch ja gefallen. Ich weiß nicht. Ich bringe wahrscheinlich noch nächste Woche Mituana. und ja, das Spiel ist auf jeden Fall richtig geil, finde ich. So, den haben wir. Immer diese Leute, die denken, man kann ihren Stomp nicht aus zwei Blücken abwehren. schon ziemlich belasten. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade Todes erschreckt. Ich weiß aber gerade nicht, wo das Bett hier ist. so, die, da oben ist das Bett gut. Ich werde jetzt warten. Okay, sie holt jetzt die Kuh. Okay, ich müsste sie eigentlich bekommen. Okay, sie hat mich noch bekommen. Ich würde sagen, die Lackland ist fuck. Ich glaube, aber ich habe es auch ein bisschen scheiße gemacht. Ich könnte sie eigentlich nicht bekommen, weil ich meine, einfach hochstecken und dann hätte ich sie auch schon. Und jeder lebt Nachts leider nicht so gut. Wohl doch zu gut. Okay, jetzt lebt ihn. Ja, dieser L. Greco wird jetzt auf mich gehen und mein Bett wahrscheinlich holen. Und, oh mein Gott. Ja, klar. Alter, ja, klar. Ja, klaro, Jetzt kommt der Vogel noch zu mir, Alter. Aber er ist dumm. Meine Fresse. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt noch Besuch von dem Full Equipment, ja. Das war ja klar, erweilte ich jetzt auch zu meinem Bett stecken, habe ich gesagt. Ich kenne einfach die Leute auf Nervsways. Denkt aber auch, ich bin noch von 1999. Tschüss. ich werde jetzt halt Target bekommen, leider. Nicht so toll, wenn dieser L. Gredo jetzt auch zu mir kommt, dann, dann, ja gut. Schon ziemlich lächerlich, aber ja gut. ich finde es halt, ja. Jetzt kommen die zu zweit auf mich, das ist schon ein bisschen lächerlich. so, der erste ist down. Ich werde jetzt hier auch beim Bett campen, oder, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Okay, jetzt baut sie sich wieder zu meinem Scheißbett. dann baue ich mich dann auch hier hoch. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt machen soll, bei solchen Situationen. Okay, sie wird jetzt auch gemopst. Das finde ich toll. Und sie habe ich, nice. Gut, jetzt würde ich sagen, push ich jetzt schnell zum lieben El Griego, der verstanden hat, dass man nicht targetten sollte. Das ist leider sehr dumm, was hier gerade passiert. Oh mein Gott, oh. Er geht zwar sehr gut von ihm, da darf er sich bestimmt definitiv nicht beschweren. Und oh mein Gott, ich bin gerade so boh in Afka. so. So. Ah, jetzt klar. Okay, er wird mich bekommen. Oh mein Gott. das war echt Lacklein, muss ich selbst zugeben. Ich werde mir jetzt auch Essen kaufen. Einfach aus Prinzip. weil ich nicht verrecken will. Und ich habe auch noch nichts mit der Audio bei OBS gemacht. Ich nehme gerade zum ersten Mal auf. Ich habe noch keine richtigen Tests gemacht. Und daher, falls es zu leise ist, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. ich höre es mir dann selbst an und dann gucke ich so, ob halt zu leise ist oder es eigentlich geht. Er wird mich jetzt wahrscheinlich aber auch bekommen, weil er ist schon... Ja, okay. Okay, ja. Ja, es war schon lau. Ja, es war lau. Ja, ich würde sagen, es fasst dann mit dem Video. Dann bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, ciao.